Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Jauch, wenn Sie ein Kerl wären, würden Sie diese Rede bei Ihrem Parteitag halten. Auf Ihrem Landesparteitag würden Sie diese Rede halten. Und dann möchte ich mal gerne sehen, wie Sie dann stottern. Und wenn Steuerverschwendung endlich mal unter Strafrecht gestellt werden würde, dann würden all diejenigen, die diese Autobahn vorantreiben, sich im Gefängnis wiederfinden. Aber Politik ist eben oft irrational und manchmal profan. Ich fange mal mit dem Irrationalen an. Über verkehrspolitische Argumentation brauche ich hier gar nichts mehr zu verlautbaren. Das ist allen Teilen bekannt. Diese Autobahnverlängerung zerstört Wohnungen, Herr Jauch, hören Sie zu, zerstört Wohngebiete, zerstört Stadtstruktur und verschärft Verkehrsproblematik. Die Anmeldung dieser Autobahn ist einzig und allein der unsinnigen Finanzierungssystematik des Bundesverkehrswegeplans geschuldet. Aber Berlin hält fest an diesem Verkehrsprojekt aus dem vergangenen Jahrtausend und will doch Hauptstadt, Innovationshauptstadt einer zukunftsgewandten Mobilität sein. Das passt nicht zusammen. Es ist hier, und ich sage es nochmal und habe es oft gesagt, es geht hier um die teuerste Autobahn der Bundesrepublik überhaupt. Das war schon beim 16. Bauabschnitt der Fall. Der kostet schon eine halbe Milliarde. Und beim 17. wird es noch mehr werden, denn da sind noch mehr Ingenieurbauberge daran. Das ist zusammen eine Milliarde Autobahn. Jeder Meter kostet mehr als 150.000 Euro. Und das müssen Sie den Leuten mal sagen. Und Herr Müller unterhält sich gerade, erzählt dann was auf die Frage, wenn denn schon mal Geld zur Verfügung stünde, nach dieser unsinnigen Bundesverkehrswegeplan Finanzierung. Dann wird es nicht mal ausgegeben. Und Herr Müller erzählt, ja, wird nicht jetzt ausgegeben, wird ja später ausgegeben. Herr Müller, ich sage Ihnen, zwischen 2001 und 2013, das sind über zehn Jahre, sind 46 Prozent der Mittel, die aus dem Bundeshaushalt im Land zur Verfügung gestanden haben, ausgegeben. 46 Prozent weniger als die Hälfte. Und Sie wollen uns ernsthaft erzählen, das wird irgendwann später noch abgerufen werden. Wann denn, wenn der Länderfinanzausgleich neu verhandelt wurde, wenn die Auflagen aus der Schuldenbremse ab 2019 gelten, das ist doch, sich Sand in die Augen streuen und dann auch noch den Leuten erzählen, wir hätten was Gutes gemacht. Sie können nicht mal das Geld ausgeben, das Ihnen zur Verfügung steht. Und nachgereicht wird es auch nicht. So, nun komme ich zu dem profanen Teil der Politik. Diese Autobahnentscheidung ist an Profanität der Entscheidungsfindung nicht zu übertreffen. Es gibt andere Gründe, weswegen sie denn immer wieder angemeldet wird. Und in diesem Fall, in dem Fall der zurzeit agierenden rot-schwarzen Koalition, gibt es ein Argument, das heißt, die SPD reicht der CDU durch die Anmeldung durch den SPD-Verkehrssenator, dass Hühnerbeinchen, Hühnerbeinchen dem Hänsel-CDU wie im Märchen kriegt die CDU ein Hühnerbeinchen zugesteckt, damit sie schön ruhig bleibt und die Legislatur, bitte schön, auch schön ruhig weiterhin bleibt und nicht etwa auf die Idee kommt, mal aufzumucken. Das ist der erste Grund. Ganz profaner, die CDU wird ruhig gestellt. Zweitens, die CDU wiederum heftet sich an ihre neuen Kaiserkleider, den Orden der Infrastrukturpartei. Herzlichen Glückwunsch. Auch das ist ein ganz profaner Grund, weswegen sie dieses unsinnige Projekt im Bundesverkehrswegeplan anmelden. Und einen dritten Grund gibt es, und den werde ich auch noch sagen, die SPD versteckt mit dieser Anmeldung schon mal die nächste Tretmine oder Splittermine für möglich künftige Koalitionsverhandlungen, um diese dann, wenn sie dann nicht zu ihrer Zufriedenheit laufen, wiederum für für ein Argument zu nutzen, dass die Koalitionsverhandlungen geplatzt, die Koalitionsverhandlungen platzen zu lassen. Es ist wieder mal typisch SPD. Es gibt den Parteitagsbeschluss, 16. Bauabschnitt und keinen Meter weiter. Es gibt den Verkehrssenator der SPD, der meldet das Ding schon mal an. Da ist schon die Unvernunft einkalkuliert. Regieren ist alles, Vernunft ist nichts. Das kurze Gedächtnis der eigenen Partei und der Wähler wird auch schon gleich unterstellt. Dieses Trauerspiel setzt sich fort und es wird nicht besser. Eine Verkehrswende sieht anders aus. Weg mit dieser Anmeldung aus dem Bundesverkehrswegeplan.